Jetzt reicht's, jetzt reicht's ja Bam, Junge Ich hab schon mal in fertig, jetzt Jetzt ist hier niemand auf den Fuß gedreht, oder wie? Okay, Jungs, weiter geht's Ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch mit Leonardo kämpfen Erstmal diesen Abschnitt hier Gleich hier den Überfall Weil ich den einfach am meisten ausgepowert habe Abgegradet habe Weil im Moment einfach der Stärkste ist, ganz einfach Deswegen Zweimal diese Stelle machen, das reicht dann auch Das ist ein ganz normaler Das ist ein ganz normaler Typ Okay, ach so, dass noch einer Guckt euch das an, man sieht, oh, Junge, jetzt ist die Kamera sogar drin in ihm fast Ja, geil, ich frage mich ja manchmal immer so, also das kann ja niemanden entgehen, dass die Kamera beschissen ist Wird das eigentlich getestet manchmal? Ich verstehe das selber nicht Oh, denkst du, es ist vorbei, weißt du, komm noch fünf Mal, ob man wollen verdroschen werden Okay, ja, 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 kann man das überspringen hier bitte? Das kennen wir doch schon alles Das ist doch super schön Klingt fertig, gell, was ist das denn? Das ist das Das ist das Das ist das Komm schon, Leonardo Garo O 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 Komm schon Leonardo Du hast es drauf Oder auch nicht Er ist tot Er ist KO Ja jetzt wechsel doch Bruder Er hat den Fisch hingehen Ah genau Kaubunga Komm schon Michelangelo Boah Junge Ja so sieht es aus hier Chaco Power Ja Das ist alles vorbei Aber der Fallen Damm Trump Das ist richtig Ok, mehr als ich kann Ja Du bist schon wieder versorgt Yes, geht doch Wir müssen hacken Alles klar Mach doch mal 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 Soll das jetzt noch was werden, ne? Das kann doch nicht mehr werden, ich hab mir den Weg selber verbaut. Hallo? Ja. Okay. Jetzt mal ernsthaft, wie lange lebt denn das? Wie lange lebt denn das? Das Spiel ist komplett auf der Festplatte. Wie lange lebt denn das? Was? Guck dir das an. Unfassbar einfach nur. Unfucking believable. Man, nur man. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay. Puh. Oh mein Gott. Geht doch mal aus dem Weg. Und nochmal hacken. Ja wie geil. Ja, 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 ja. wie Taffy? sie mag, als Taffy Es ist sehr streng in deinem Kopf, nicht wahr? Könnte ich sein, Taffy? Du magst mich als Leader? Das bedeutet, was? Ich frage mich, weil der Leader Was ist der Leader? Mike ist lustig? Ich bin der Kerl? Und was bist du? Ein Turtel? Ich kann sein, das ist Donner. Okay. Oh, ja, ja. Awesome! Mouserama! Das ist unglaublich. Die Mouser-Assemblée ist komplett automatisiert und selbst-generiert. Wir benutzen Scrap, los zu mehr Mousers. Das ist so, wie er es macht. Das ist sehr interessant. Und ich meine das nicht. Tja, kommen wir jetzt hier runter? April, run! Eat then, you freak! Wait till I get my hands on you, Baxter! Mousers! Tear them apart! Check this out! Check this out, man! Check this out! Okay. Immer diese Mouser überall. Run. Run! Kam. Genie hab ich sich hierher! Dieen habe ich sich her. ativos sind kein Molotểiger am David? Ja! Oh Gott, da kommen wieder die Fussis. Alter, der Weiße ist übertrieben gut aus. Nicht schlecht, kleiner Mann. Nicht schlecht, kleiner Mann in Weiß. Hab ich dir einfach deine Maske vom Kopf geschlagen. Ach so, da sind schon wieder neue Gegner, ich dachte, ich musste jetzt nicht umgucken, was ich machen muss, aber wir müssen ja erstmal 40 Milliarden Gegners wieder blöd machen. Ja, stimmt ja, so war das ja. Kamera, Kamera, wo bin ich? Nooo, renn weg! Das ist so schön, wie man... also ich verstehe das nicht. Was ist jetzt los? Wo ist Raphael? Wo ist ein Raphael K.O. gegangen? Da sind ja schon 2 K.O. jetzt. Das ist so schön, wie geht's? Ja. 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 Ich kann's counter�ischen. Ja. 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 Die, die. Ja. Ich und Michelangelo machen das jetzt. Scheiße, der ist ja auch K.O. jetzt. Oh, 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 shit. Oh, 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 oh.